hey leute und willkommen zu einem neuen video und ja heute habe ich mal etwas an zu sagen und zwar zu dem gewinnspiel von COD Ghosts es gibt doch noch eine ps3 version ja wir verlosen doch eine ps3 version also an die ps3 spieler ihr könnt auch den ps3 gewinnen vielleicht überlegen wir uns sogar zwei gewinner zu machen ein ja zwei gewinner einfach wenn ihr eine halt ps3 ist und der andere pc oder xboxer dann überlegen wir uns mal ob wir zwei gewinner machen und ja genau da wollte ich uns sagen ich downloade mich gerade bei steam gta 4 das heißt ich habe eine frage für euch ob ihr wollt dass wir vielleicht gta 4 gameplays machen sollen auf pc ich hatte auch paar freunde die meinten so dass sie dabei wären und wäre ziemlich lustig weil gta 4 auf pc finde ich ziemlich viel 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 geiler als auf konsole sag ich mal weil man da halt mehr machen mehr sachen machen kann und ja ich kann jetzt nicht alles auf auf sagen oder so aber ihr wisst glaube ich was ich meine wenn ihr euch mit gta auskennt und ja das war einfach nur ganz kurz ganz kurzes video hier und danke schon an die 200 abonnenten das ging so schnell seit dem gewinnspiel ich glaube wir sollten mal etwas mehr gewinnspieler machen damit wir auch etwas mehr abonnenten bekommen nicht dass wir hier abo geil sind oder so aber wir wollen halt auch auf youtube wachsen ja wer bitteschön wenn ich auf youtube wachsen und youtube macht generell mehr spaß wenn leute einem feedback geben und dass man sieht dass leute einen zuschauen einfach wir haben 200 abonnenten und 50 klicks maximal das ist doch das ist echt nicht wer und deswegen wollen wir auch etwas berühmter werden und aktuelle aktuelle und aktivere abonnenten bekommen und ja ja ok leute das war einfach ein ganz ganz klitz kurzes video und ich wollte noch sagen ich habe heute einen double triple nukleärfale gemacht einfach nukleär gestorben von hinten mit m27 standard klasse egal vielleicht lade ich das hoch wenn wir halt was wichtiges zu sagen haben denn die beast gameplays benutzen wir nur für so richtig wichtige sachen sachen und ja ok das video ist jetzt hier schon fast drei minuten lang und dann verabschiede ich mich mit schau mal das versprecher ich muss langsamer reden ok und ich verabschiede mich mit einem schau einfach und ja kommentiert fleißig liked fleißig und bis zum nächsten mal lüttel schau